Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Tollhaus. Hier spricht Sebastian Puffpaff. Und man muss sagen, ein Jahr Corona liegt hinter uns. Wir resümieren. Es gibt Seuche und Seuche. Und egal, wie sehr die Kacke da draußen auch dampft. Wichtig, wir nehmen es als Dünger für den Zeitpunkt, wenn das Tollhaus endlich wieder aufmacht und wir uns dann gegenseitig husend und schniefend in den Armen liegen können, um uns zu spüren und nicht, um voreinander Angst zu haben. Denn eins ist sicher, die Kultur stirbt nie. Und so wird es auch das Tollhaus schaffen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Macht's gut.